Die WIRTIC-Zeitwirtschaft entlastet Handwerksbetriebe von zeitraubender Verwaltungsarbeit. Arbeitszeiten werden über das Smartphone erfasst, Stundenzettel, Arbeitszeitkonten und Reisekostenabrechnungen werden automatisch berechnet. Die Arbeitszeiten auf den Baustellen werden den Kostenstellen und Kostenträgern zugeordnet und schließlich können alle berechneten Daten direkt ins Lohnprogramm, zum Beispiel nach DATEV, übergeben werden. Die Mitarbeiter stempeln die Abfahrt zur Baustelle in der WIRTIC-App auf ihrem Smartphone. Dabei wählen sie auch die betreffende Baustelle aus, damit die folgenden Fahr- und Arbeitszeiten der richtigen Baustelle zugebucht werden. Wenn sie an der Baustelle eintreffen, stempeln sie die Ankunft. Die Erfassungslogik wird an die Abläufe in ihrem Betrieb angepasst, damit sich die Mitarbeiter sofort damit zurechtfinden und die relevanten Informationen erfasst werden. Es gibt da nicht viel zu lernen, weil man wird ja von Schritt zu Schritt geführt. Mit Beginn der Arbeitszeit drückt man drauf, dann wird eben abgefragt, für welche Baustelle denn. Und jeder Mitarbeiter weiß ja, auf welche Baustelle er fährt. Dann drückt er diese Baustelle und schon ist er für diese Baustelle gebucht. Und im nächsten Schritt gibt er jetzt nur an, dass er jetzt ins Fahrzeug steht, zur Baustelle fährt und das Ganze dann eben inklusive Pausen, Arbeitszeit wieder Rückfahrt, um sich abends auszubuchen. Die Daten werden sofort auf die WIRTIC-Server übertragen, damit im Büro mit diesen Daten weitergearbeitet werden kann. Bauleiter oder Geschäftsführer können sehen, welche Mitarbeiter auf welchen Baustellen tätig sind, wer unterwegs zu einer anderen Baustelle ist, wer krank ist oder wer Urlaub hat. Die integrierte Plausibilitätsprüfung stellt sicher, dass nur korrekte Arbeitszeitbuchungen vom System akzeptiert werden. Auf Basis der geprüften Zeitstempel berechnet das WIRTIC-System nun automatisch die Stundenzettel und Arbeitszeitkonten. Dabei werden alle Arbeitszeit- und Vergütungsregeln berücksichtigt, die in Ihrem Betrieb gelten. Falls die Mitarbeiter auslösen oder Reisekostenerstattungen erhalten, werden auch diese gemäß den betrieblichen Regelungen berechnet. Buchhaltung und Kostenrechnung können so jederzeit auf tagesaktuelle Daten zugreifen und die Projekte zeitnah steuern. Am Ende des Monats werden alle Daten zur Lohnabrechnung an das Lohnprogramm übergeben. Die Mitarbeiter können ihre eigenen Stundenzettel, das Arbeitszeitkonto und die Reisekostenabrechnung über ihre persönlichen WIRTIC-Konten abrufen. So gewährleistet WIRTIC jederzeit Transparenz. Am Feierabend genügen wieder wenige Klicks auf dem Smartphone, mit denen die Mitarbeiter ihre Arbeitszeiterfassung abschließen. Ja, und das Allerbeste ist, wie gesagt, dass der Mitarbeiter oder unsere Mitarbeiter einfach dahingehend zufrieden sind, dass sie sagen, okay, wir machen uns freitags das Handy aus, wir brauchen keinen Monatszettel, keinen Wochenzettel mehr. Jippie, Juhu, wir sehen uns Montagmorgen wieder zur Arbeitsbildung. Juhu, wir sehen uns beim nächsten Mal.